Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Ja, meine lieben Abonnenten, ich weiß schon was ihr denkt. Ich weiß es ganz genau, ihr denkt so, oh no Rainer, was ist nur aus dir geworden? Warum bist du so falsch abgebogen? Warum verschwendet jemand wie du sein Talent und sein Hirnschmalz, um Sendungen über so ein Duli wie Geschichtsfenster zu machen? Und ja, meine Zuschauer, ihr habt ja auch recht. Aber wisst ihr, ich bin da einem wirklich dunklen Mysterium auf der Spur und ich will euch die Wahrheit nicht vorenthalten. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum schreiben mich immer wieder irgendwelche Geschichtsfenster-Fanboys an? Das ist komisch. Ich mache auf diesem Kanal vor allem Klamauk. Und normalerweise läuft das ja so bei YouTube und diesen ganzen Videodiensten. Du kommst am Anfang in so eine Art interne Playlist, da wirst du irgendwelchen Leuten vorgeschlagen. Das läuft dann so ein paar Tage, je nachdem wie gut das läuft. Also wenn das voll das geile Video ist, dann läuft es doch noch Jahre später. Aber normalerweise bei diesem Kanal von mir jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das ist ein Klamauk-Kanal. Ganz unterschiedliche Themen. Ich habe kein festes Konzept. Ich disse häufig irgendwelche Leute, die mir irgendwie auf den Arsch gehen, die ich so sehe. Ich mir denke, du forst, was geht denn mit dir ab? Aber der Witz ist, meine Videos über Geschichtsfenster, die stuft der Algorithmus anscheinend als wertvoll ein. Immer wieder würde sie die massenhaft irgendwelchen Leuten vorschlagen. Das ist unglaublich. Was für einen Traffic ich auf diese Videos habe. Ich habe mir schon die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht. Warum? Versteht ihr? Warum? Was ist so wichtig am Geschichtsfenster? War so meine erste Überlegung. Und dann? Was ist so gut oder so pädagogisch wertvoll oder irgendwie nützlich, dass der YouTube-Algorithmus ausgerechnet meine Videos immer wieder ausspielt und immer wieder irgendwelche Impressions sendet? YouTube würde es ja auch nicht machen, wenn es keine Zielgruppe dafür gäbe. Die ganzen Fanboys da schreiben mich an. Und das ist immer wieder derselbe Quatsch. Es läuft immer wieder darauf hinaus, sie wollen mich von irgendwas überzeugen durchreden. Das sind auch immer wieder dieselben ziemlich duseligen Argumente. So nach dem Motto, du hast ja gar keine Ahnung und so weiter. Deswegen habe ich mir auch extra meinen Kumpel Alex zur Hilfe geholt, der hat Ahnung. Ja, aber wieso macht der nicht selber irgendwelche Podcasts, weil Alex ein netter, schüchterner Kerl ist? Alex macht keine Podcasts. Ich könnte ihn jetzt versuchen, irgendwie unter Druck zu setzen. Alex, du musst unbedingt. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mit ihm gelabert habe. Also er hat mir da irgendwelche Sachen zugeschickt, er hat gemeint, nee, ich weiß nicht, ich fühle mich dabei nicht wohl und so weiter. Versteht ihr? Der Alex muss auch niemandem nichts beweisen. Ihr müsst ja auch nicht gut finden, was er sagt. Das ist YouTube. Wir leben in einem freien Land. Jeder kann gucken, was er will und überhaupt. Es läuft immer wieder darauf hinaus, dass ich irgendwie Geschichtsfenster irgendwas beweisen muss oder dass ich beweisen muss, dass ich ein größerer und besserer Historiker als Geschichtsfenster bin und dass der Alex ein besserer Historiker ist. Aber das ist alles Bullshit, meine lieben Geschichtsfenster-Fanboys. Ihr müsst euch mal Folgendes überlegen. Geschichtsfenster, so wie ich das mittlerweile gerafft habe. Ich habe mich in der Zwischenzeit, dadurch, dass ihr mich ständig angeschrieben habt, schon viel mehr mit dem Typen beschäftigt, als ich eigentlich wollte am Anfang. Da habe ich eine Sache gerafft. Letzten Endes will die Geschichtsfenster die gesamte Geschichte der Menschheit irgendwie neu schreiben und irgendwelche, so, nennen wir sie mal anerkannten Chorife hin. Will er widerlegen, aufgrund von irgendwelchen JPEGs, die er sich bei der Google-Bildersuche zusammensucht. Aber steht ihr, es gab doch damals diese Tufelbewegung nach 9-11. Und die wollten doch auch irgendwie beweisen, 9-11 war ein Inside-Job, aufgrund von irgendwelchen JPEGs und Videoclips, wo angeblich ganz deutlich zu erkennen ist, was da alles zu erkennen war. Die CIA hat das WDC gesprengt. Und das ist doch eindeutig, das ist doch, das sieht doch ein Blinder im Kriegsschock. Also, ich habe da gar nichts gesehen. Ich habe da ein Gebäude gesehen, das ist in sich zusammengefallen. Und bis heute hast du ja dieses Geschwätz. Versteht ihr, daraus sind ja diese ganzen Aluhutkanäle, wie zum Beispiel Ken Jebsen entstanden. Ihr müsst euch mal überlegen, Ken Jebsen hatte ja dazwischen auch Millionen Zuschauer. Mittlerweile hat ihn ja YouTube auch gebannt, die haben keinen Bock mehr auf ihn und seinen Geschwätz, weil es anscheinend irgendwelche Menschen gibt, die für sowas empfänglich sind. Da sitzen sie dann, da sitzt dann Ken Jebsen und Dirk Pohlmann und so weiter. Und sie labern so, als ob sie die ganze Welt, versteht ihr, als ob sie die Weltentheorie in ihrem kleinen Finger hätten. Aber irgendwelche Zeugen gibt es nicht. Irgendwelche wirklichen Beweise, ich meine so wirkliche, richtige Beweise, versteht ihr, gibt es nicht. Irgendwas, also Dirk Pohlmann erzählt mir da irgendwas über den tiefen Staat. Aber was sind deine Quellen, Dirk Pohlmann? Keiner weiß es. Er hat sie irgendwie, weil er sagt, dass er sie hat. Und so ähnlich ist es doch bei Geschichtscenster letztendlich auch. Liebe Geschichtscenster-Fanboys, ihr müsst mal raffen. Ihr seid für mich Aluhüte. Ich will euch nicht von irgendwas überzeugen. Vor allem, weil ja auch das Beste ist, irgendwelche Leute kommentieren meine Videos und werfen mir irgendwie vor, dass ich irgendwas behaupten würde, was ich gar nicht behaupte. Oder unterstellen mir, dass ich irgendwas nicht wüsste, was ich doch aber in meinem Video gesagt habe. Deswegen habe ich ja auch zwischenzeitlich so gelästert. Das ist irgendwie die Trinkhallen-Fraktion. Ich habe hier bei mir in der Nähe so eine Trinkhalle. Da stehen dann die ganzen Alkis und saufen sich einen an. Und alle sind sie krass. Die sind auch so endlos diskutiert rollmäßig. Dann erzählt dir da ein Ohr, er ist Kernphysiker. Und der Zweite, der war früher mal ein Top-Tycoon an der Frankfurter Börse. Der Dritte ist Kampftaucher von der Bundeswehr. Und alle labern sie dir irgendeinen Stuss aufs Ohr, wie krass die doch sind. Und was für Insider-Informationen sie über irgendwas haben. Aber sie machen gerade so eine kleine Pause an der Trinkhalle. Da stehen sie ungepflegt und versifft. Und saufen von morgens bis abends. Und schätzen irgendein Zeug, was total Panne ist. Und so ähnlich ist es auch mit den Gesichtsfenster-Fanboys. Das ist dieselbe Klientel, wie auch die Leute, die irgendwie, wie gesagt, Ken Jebsen gut fanden. Solange es die noch gab. Oder vielleicht erinnert ihr euch ja auch an Erich von Däniken. Aber genau dieselbe Nummer. Erich von Däniken erzählt mir irgendwas so. Oh, UFO ist ein Meistergeier. Dann fährt er irgendwie nach Südamerika an den Takatuku-See zu den Tiki-Taku-Indianern. Und dann haben die irgendwelche Lüchter am Himmel gesehen. Und es gibt irgendeine Höhle. Und da sind irgendwelche Zeichnungen. Und das sind ganz eindeutig irgendwelche Aliens. Also ich sehe da nur irgendwelche schlechten Wandmalereien, die irgendwelche Leute an die Höhlenwand gepinselt haben. Ich sehe da überhaupt nichts. Und das ähnlich ist es auch bei Geschichtsfenster. Geschichtsfenster ist ein Duli. Der setzt sich da hin. Der labert und labert und labert und labert. Und ich habe neulich mit einem diskutiert. Der hat mir irgendwie erzählt, ja, aber Bilder, versteht ihr? JPEGs, das ist der Beweis. Und dann habe ich ihm so zurückgeschrieben. Ich habe mir echt die Mühe gemacht, ihm zurückzuschreiben. Ja, Junge, dann leg mir doch mal bitte das Buch von irgendeinem anerkannten Historiker. So bei Amazon, versteht ihr? Wobei ich so Typen wie den Daniel de Ganser, der hat schon jetzt auch keine tiefergehenden Beweise für seine 9-11-Theorien. Aber zumindest schreibt er irgendwelche Bücher und hat irgendwelche Forschungsarbeiten publiziert und labert nicht nur einfach drüber im Internet. Da habe ich zu diesem Typen gemeint, link mir doch mal einen seriösen Autor, der irgendwie in seinem Buch eine wissenschaftliche Methode beschreibt, wie ich anhand von Bildern und nur anhand von Bildern, weil was anderes habe ich bei Geschichtsfenster noch nie gesehen. Er ist so der JPEG-Historiker, versteht ihr? Ja, und die ganze Geschichte, er outläscht, er outprescht, Prechter und Mirko Trotschmann, er out die ganze Geschichte einfach nur durch JPEGs aus der Google-Bildersuche. Da würde ich mal gerne ein Buch darüber lesen, wie das wissenschaftlich funktionieren soll. Sowas hat mir bisher noch keiner von denen gelingt. Stattdessen sabbeln sie und sabbeln und sabbeln und sabbeln und sabbeln. Ist ja auch gut und schön. Sabbelt gerne weiter. Wenn ihr unbedingt darüber sabbeln müsst, dass 9-11 ein Inside-Job war, ja okay, Duli, von mir aus war 9-11 ein Inside-Job. Nicht. Ich möchte irgendwelche Normalos, also normale, talentierte Menschen, die irgendwie einen akademischen oder sonst wie ein Bildungs-Background haben, die möchte ich darauf hinweisen und ich habe am Anfang Geschichtsfenster auch mit einem Kanal verwechselt, den man irgendwie ernst nehmen muss. Geschichtsfenster ist ein Aluhut. Und seine Fans, also, wobei bei ihm kann ich das gar nicht so genau sagen, aber ich habe bisher noch nichts von ihm gesehen. Das sind genau diese selben Leute, die anhand von irgendwelchen Videoclips von CNN damals beweisen wollten, 9-11 ist ein Inside-Job. Aber ist es bewiesen? Nein. Ist irgendwas bewiesen? Nein. Wo ist der tiefe Start? Im Kopf von Dirk Pohlmann, so nach dem Motto. Ja. Das ist auch der Witz, weil je länger sich zum Beispiel so Typen wie Kenny Ebsen ja in diesen Gefilden getummelt haben, desto krasser wurde er ja. Am Ende war es ja die Weltenformel mit ID2020 und der Verzippung und weiß der Geier. Und so ähnlich kommt es ja bei Geschichtsfenster auch vor. Ich mache keinen Kanal für Aluhüte. Ich mache einen Kanal, um Aufklärungsarbeit zu leisten und Geschichtsfenster als den Aluhut zu outen, der er ist. Zum Beispiel, es gab diesen Historiker Livius. Sein Lebenswerk war so ein Geschichtswerk in mehreren Bänden. Der hat gelebt in der Regierungszeit von Kaiser Augustus. Und der hat eine Chronik über das Römische Reich geschrieben. Und jetzt kommt... Und jetzt kommt der Aluhut-Geschichtsfenster und will Livius widerlegen nach 2000 Jahren anhand von JPEGs aus der Google-Bildersuche. Es hilft alles nichts. Ich werde lästern und lästern und lästern und ich werde immer weiter lästern. Bis zum Tag des jüngsten Gerichts werde ich lästern. Wir haben aber recht. Google wird also die einzige Wahl in dem Universum. Nö? Nö? Bahahahahahaha. Reiner Ernst ist so ein wichtig, fieser, gerstiger Hausdrachen. So ein toxischer, akademischer Giftsack. Auch bekannt als der ewige rote Judas. Und immerhin du so upspacest in deinen merkwürdigen Verschörungstheorien du hättest rein ernst um die Ecke kommen und deinen dummen Witz machen und dich der Lächerlichkeit preisgeben.